Was weißt du da schon wieder? Cosmo? Wo gehst du hin? Katzi? Katzi? Was ist da los? Spionierst du wieder die Nachbarn aus? Oder sonst du dich nur? Ja, ein bisschen Sonne. Was ist mit diesem Katzi hier? Hallo, Pusche. Habt ihr alle gut geschlafen? Bisschen Radau nachts gemacht, aber sonst war okay, oder? Keiner hat geweint. Ihr habt euch nur einmal gestritten. Das war doch gut. Na, Katzi? So, Katzi. Ihr, ich sehe schon, ihr seid total bereit. Ja, wir kommen doch jetzt runter. Oder wolltest du hoch, Apollo? Was soll denn da Apollos Foto? Weißt du auch nicht. Wieso geht ihr nicht schon mal vor? Vertraust du mir nicht, dass ich mitkomme? Wo gehst du denn hin, hä? Hier hin? Ich dachte, wir gehen runter. Katzi. Komm, wir gehen runter. Apollo, mach Platz. Los, hopp, 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 hopp. Morgen. Na, lässt man euch wieder nicht rein? Das ist aber gemein. Ja, denen sagen wir gleich erstmal was, ne? Geht gar nicht. Hier. Klopf mal. Klopf mal. So mit der Foto. So, klick, 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 klick. Mach mal. Sag mal, die sollen dich reinlassen. Sie gehört? Machst du nicht, ne? Katzi. Wir müssen gleich nach Hause fahren. Wir können jetzt kein Bad nehmen. Sie gehört? Genau. Wo gehst du hin? Puschel. Ach, du wolltest spielen. Okay. Hat sich dann wohl auch wieder erledigt. Was macht der eigentlich beim Spielen kurz gefurzt? Na gut, beschäftige sich erstmal selbst. Jo, dann wollen wir mal gucken, wo das Kätzchen ist. Hallo, Baby. Entspannst du dich? Ein bisschen? Aber du musst jetzt aufwachen. Wir fahren jetzt nämlich nach Hause. Ja, zu viel Sauna ist auch nicht gut für das Kätzchen. Hör auf zu schnarchen. Ich sehe doch, deine Augen sind offen. Stehst du jetzt auf? Komm. Komm. Ja. Komm. Komm, wir fahren nach Hause, Baby. Doch, 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 doch. Deine Ohren sind schon ganz warm. Die glühen ja richtig. Zu viel Sauna ist nicht gut für kleine Kätzchen. Verstehst du? Diese Katze mag echt Wärme. Aber nein, die Sauna ist natürlich nicht an. Es ist nur, ähm, hier ist es allgemein immer sehr warm, weil die Dusche direkt daneben ist. Und keiner macht hier Fenster auf. Aber ich habe extra hier Wasser reingemacht, falls die Durst haben, damit sie was trinken können, wenn die Katze sich hier entspannen. Komm, reicht jetzt. Oder soll ich dich in fünf Minuten nochmal holen, komm. Ja, ne? Aber nur noch fünf Minuten. Länger nicht. Guck. Oh, ein Kätzchen sitzt schon hier. Komm her. Komm. Komm, Aposche. Aposche. Aposche will nicht nach Hause. Dem gefällt das hier so. Der hat gar keinen Bock, nach Hause zu fahren. Aposche, du musst aber. Hallo. Wo bist du denn? Kätzchen? Apoli, wo bist du? Da unten. Ja, wie soll ich denn da an dich rankommen, Junge? Nicht immer nur bei Oma und Opa bleiben. Wir müssen auch nach Hause fahren. Oma und Opa haben einen viel interessanteren Garten. Das ist ja viel cooler. Na? Apolo will nie zurückfahren. Baby, tut mir leid, dass du zurückfahren musst. Vor allem muss ich gleich noch Cosmo holen. Der liegt ja immer noch in der Sauna. So, Apolo. Sag Oma und Opa tschüss. Sag tschüss Opa. Mir ist auch sehr warm. Ich habe irgendwie nichts leichteres dabei. Sag Oma tschüss. Kusch? Ja. Ja, Karl, kannst du Apolo ins Auto bringen? Dann hole ich Cosmo. Dankeschön. Nein, nein, ich hole ihn. Ja. Ich werde ja wohl noch meine Kinder zusammenkriegen. Ja, Baby. Bist du bereit? Hm? Doch, wir müssen jetzt fahren. Nach Hause. Ich weiß, du willst nicht. Ich weiß, du bist ein müdes Kätzchen. Ja, du willst entspannen, ne? Aber, wir fahren jetzt nach Hause. Okay? Komm mit. Ja, komm. Wir fahren nach Hause. Uiuiui. Und dann... Und dann kannst du im Auto schlafen. Du kannst im Auto durchschlafen. Okay? Okay? Okay, Martin. Ja. Und dann kannst du zu Hause wieder spielen. Mein Baby. So. Ich wollte es nicht. Nein. Ich wollte es nicht. Sag Oma. Ich wollte es nicht. Ich wollte es nicht. Ich wollte es nicht. So. Ab ins Körbchen. Oh, ich habe mich nicht. Los, Katze, dein Körbchen ist da hinten. Kletter schon mal rein.